wird diese Aussage zum blanken Zynismus. Zudem, liebe Entfesselungskünstlerinnen, wenn wir die entfesselte Wirtschaft, ein Schlagwort aus dem letzten Nationalratswahlkampf, genauer anschauen, dann entdecken wir merkwürdige Widersprüchlichkeiten. Betrachten wir also das aktuelle Beispiel des transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP, im Speziellen das Investitionsrecht und lassen es uns geschmackvoll auf der Zunge zergehen. Doch bitte Vorsicht, es könnte einem Übel davon werden. Mit diesem Abkommen erhält die Wirtschaft alle Freiheit, alle Freizügigkeit, jegliche Grenzenlosigkeit, die volle Beweglichkeit des Marktes. Doch wenn es darum geht, dass die Gewinne abgesichert werden, dann sind sie schnell mit Regulativen zur Hand. Es soll mit dem Investitionsschutzrecht ein Status quo eingefroren werden. Der heutige Zustand des Landes mit allen Arbeits-, Gesundheits- und Sozialgesetzgebungen und Umweltstandards wird einfach auf einen Jetzt-Zustand festgelegt. Sollten nachteilige Änderungen entstehen, dann darf der Konzern das Land auf Gewinnentgang in einem Schiedsverfahren außerhalb jeglicher rechtsstaatlicher Gesetzgebung geklagt werden. Der wirtschaftliche Fortschritt wird damit zum gesellschaftlichen Stilstand. Nebenbei erwähnt, der geklagte Staat kann nur das Recht erstreiten, nicht zahlen zu müssen. Somit erkennen wir also ein zweites Paradigma für die heutige Wirtschaft. Volle Freiheit für die Wirtschaft, Regulative für alle anderen Lebensbereiche, denn sie könnten ja die Wirtschaft stören. Auf der Zunge zergangen schmecken wir nun die widersprüchlichen Geschmacksrichtungen. Jene, die die größte Freiheit für sich fordern, wollen andere aufs Vehementeste regulieren. Das ist doch unglaublich. Das ist doch sowas von unverfohren. Es wird Zeit, dass wir umdefiniert, dass wir neue Eranordnungen, neue Maßstäbe setzen. Einer zeichnet sich ab. Geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen schlecht? Wenn wir nicht darauf schauen, was sie, also die Wirtschaft, tut. Es ist die Aufgabe von uns allen, dass wir lenken, was sich in der Wirtschaft und in der Welt abspielt. Ja, dafür stehen wir alle heute hier. Wir und alle anderen der unzähligen Demos weltweit setzen mit unserem Protest ein gewaltiges Zeichen. Überwältigend, wie viele Menschen dem heutigen Aufruf gefolgt sind. Bravo! Chapeau! Ich ziehe den Hut vor euch! Darüber hinaus sind viele Menschen in zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen engagiert. Für ein Netzwerk stehe ich heute hier. Für die Fradlberger Armutskonferenz. Die Fradlberger Armutskonferenz will den Menschen und einer menschlich geprägten Politik zu einer neuen Stimme, zu einer neuen Kraft verhelfen. Derzeit thematisieren wir fünf Bereiche. Wir zeigen auf, dass es an der Zeit ist, zum Beispiel Arbeitszeit gerecht zu verteilen. Bravo! Dass zwischen den Geschlechtern Gleichrecht geschaffen wird. Im Zugang zur Arbeit, im Zugang zur Bildung, in der Entlohnung, in der Lebensgestaltung. Applaus Dass es ein faires Minimum an Einkommen braucht. Wir reden von der roten Linie der Existenzsicherung, damit Menschen ein lebenswertes Dasein erfahren können. Applaus Dass es im Umgang zum Matrienhilfen Vereinfachungen bedarf, damit jene Menschen, die Unterstützung brauchen, diese sich auch selbst holen können. Und insgesamt der Verwaltungsaufwand so gering wie möglich gehalten wird. Zum Beispiel durch Einführung einer Sozialkart. Und wir wollen Initiativen setzen, damit die Menschen wieder im kulturellen Leben teilhaben können. Als Beispiel die Interkulturpark. Applaus Die Armutskonferenz setzt sich für eine neue Rangordnung ein. Dass der Mensch im Zentrum der Betrachtung steht. Gerade im Zusammenhang mit der Wirtschaft. Denn die Wirtschaft ist ein Mittel zum Zweck. Ein Vehikel für ein gutes und gesundes Leben. Für alle. Also also somit das alles entscheidende Paradigma. Der Mensch steht über der Wirtschaft. Applaus Abschließend erlaube ich mir in diesem Sinne an euch Arnwesende eine Einladung zur Mitwirkung auszusprechen. Denn jede und jeder Einzelne ist wichtig. Engagieren Sie sich wo immer Sie Ihren Platz finden. Sehr gerne auch in der Vfadlberger Armutskonferenz. Applaus Zitat von Zen-Meister Bernie Glassman Wenn wir auf jemanden treffen der Hunger gibt dann müssen wir ihm zu essen geben. Das spricht uns aber nicht davon frei uns für ein besseres Sozialsystem zu engagieren in dem niemand mehr Hunger muss. Danke. Applaus Wir sind schon kurz vor dem letzten Programmpunkt angekommen. Ganz kurz wurde die Bitte an uns herangetragen ob wir nochmal ein Zeitzeugnis vielleicht abgeben können. Und alle machen nochmal ein bisschen Krawall vielleicht. Applaus Vielen Dank. Und unser letzter Programmpunkt wird präsentiert von Simone König und zwar Gentechnikfreie Bodenseeregion. Bitte. Applaus Mein herzliches Hallo auch von meiner Seite mein Name ist Simone König ich bin hier als Vertreterin der Initiative Gentechnikfreie Bodenseeregion und ich übringe euch allen die Grüße von allen Menschen rund um den See die sich für die Gentechnikfreie und kleinbäuliche Landwirtschaft einsetzen. Applaus Ich freue mich wahnsinnig dass so viele gekommen sind es ist ein wichtiges Zeichen für das Leben für unseren Lebensraum für unsere gesunden Lebensmittel für die wir alle gemeinsam einstehen Applaus 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 Die Initiative für Gentechnikfreie Bodenseeregion steht für den absoluten Schutz des Saatguts die gezielte Förderung von Standort angepasster ökologischer Saatgutzüchtung und den Erhalt der biologischen Vielfalt Applaus 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 Für gesunde Lebensmittel und eine eigenständige mit der Natur arbeitende Landwirtschaft für die Belebung regionaler Wertschöpfungskreisläufe durch den bewussten Einklang von garantiert Gentechnikfreien und regionalen Produkten Applaus 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 Diese Initiative gibt es nur mehr seit über zehn Jahren als gemeinsamen Zusammenschluss der Länder rund um den See Schweiz Baden-Württemberg Bayern und Vorarlberg und überall sind maßgebliche Organisationen Umwelt- und Naturschutzorganisationen Bauernorganisationen und andere aktiv um diese Ziele voranzutreiben und gerade vor einem Monat hat der Bodensee Landkreis den Beschluss gefasst auch eine gentechnikfreie Region zu werden Vorarlberg ist schon lange Mitglied im Netzwerk der gentechnikfreien Regionen Wir haben es geschafft Applaus 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 Genauso wie wir es gemeinsam geschafft haben die Saatgutverordnung zu kippen Es wurde zurückgeschickt Es gibt keine Saatgutverordnung für den für für jetzt Aber wir dürfen uns nicht vormachen das ist ein Etappensieg ein ganz wichtiger Etappensieg Fakt ist unsere Saatgutversorgung beruht auf 95% des Saatgutes das so handelsüblich in Europa zum Einsatz kommt wird von 5 Konzernen bereitgestellt Monsanto ist einer von ihnen sie stellen ungefähr 24% Das heißt die Abhängigkeit ist sehr groß Deshalb ist es ganz wichtig die ökologische Saatgutzucht in unserem Umfeld in unserer Region zu fördern Applaus 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 Was Sie als Einzelne dafür tun können ist wirklich beim täglichen Einkauf auch darauf Bedacht zu nehmen Wenn Sie Saatgut einkaufen kaufen Sie samenfeste Sorten Samenfeste Sorten sind niemals Konzernware Samenfeste Sorten sind ein freies Gut das jeder selber weiter züchten kann während alle Hybrid Sorten ein Privateigentum der Konzerne sind Fragen Sie nach samenfesten Sorten bei den Leuten bei denen Sie Gemüse kaufen Nur so in dieser gemeinsamen Anstrengung wenn wir auch gestaltend am Markt tätig sind können wir es schaffen von dieser Konzernabhängigkeit loszukommen Applaus 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 Und wenn wir dies tun dann unterstützen wir auch einen Beschluss des Vorarlberger Landtages der eben dies auch beschlossen hat Der Vorarlberger Landtag bekennt sich zum Ziel die Abhängigkeit von hybriden Sankussorten die zumeist von Monopolisten vertrieben werden in Vorarlberg zu verringern und standard angepasste robuste und vermehrungsfeste samenfeste Sankussorten zu fördern Für diese Unterstützung sind wir heute da Applaus Ja ich bin am Ende meiner Rede angelangt also kann das Papier auch ruhig wegfliegen Ich danke allen nochmal herzlich fürs Kommen und freue mich Sie wiederzusehen bei der nächsten Veranstaltung der Initiative Gentechnik 3 Bodensee Region Applaus Vielen Dank Simone Ich glaube es ist auch an der Zeit jetzt haben wir alle Redner gehört nochmal einen tonnener Applaus für alle fünf bitte Applaus Jetzt habe ich noch ziemlich viel aufgeschrieben aber ich hoffe ich kriege es trotzdem relativ fix durch es geht um organisatorische Sachen das erste wurde gerade an mich herangetragen beim Maiskolben gibt es jetzt nur noch Notfallrationen für Wasser leider also das Wasser ist leider ausgegangen die Demonstration entgegen dem was im Wann und Wo angekündigt wurde endet heute leider hier wir können aus organisatorischen Missverständnissen leider nicht in die Stadt weil dort ein Spielefest stattfindet am Kornmarkt Trotz dessen ist ein weiterführender Austausch und Beisammensein hier sehr erwünscht natürlich Ich darf auch noch hinweisen auf das Essen das bereitgestellt wird vom Kulturverein Tankstelle Bregenz und vom Verein gegen Tierfabriken da könnt ihr was zu essen besorgen und im Kornmesser das wäre am Kornmarkt gewesen wo wir eigentlich die Demonstration beenden wollen gibt es im Kornmesser noch Freibier das zur Verfügung gestellt wird wer da hin möchte ich soll allerdings darauf hinweisen möglichst zivil sich dort hin zu bewegen zwar durchaus jeden aufmerksam zu machen um was es geht aber vielleicht ja die andere Veranstaltung auch stattfinden zu lassen neben den Ständen neben den Ständen an denen es Essen gibt zur linken Hand befindet sich noch ein Informationsstand da gibt es erstens eine Unterschriftenaktion von Greenpeace gegen das Freihandelsabkommen da gibt es Informationen vom Umweltinstitut München die auch über das Internet jederzeit abgefragt werden können und es gibt die Möglichkeit sich in Listen einzutragen für alle die die informiert werden möchten über die nächste Veranstaltung oder vielleicht sogar selbst mitwirken wollen beim nächsten March against Monsanto in diesem Herbst ich hoffe die wichtigsten organisatorischen Sachen habe ich jetzt hinter mich gebracht und dann möchte ich noch ein Dankeswort richten und zwar wir und damit spreche ich denke ich im Namen aller Veranstaltenden möchten uns herzlich bei allen bedanken die heute den Weg nach Bregenz auf sich genommen haben und ihr wohlverdientes Wochenende für eine gute Sache aufopfern Dank gilt allen Teilnehmenden das seid ihr allen Vortragenden natürlich und allen freiwilligen Helfern und Helferinnen ohne die das so nicht möglich gewesen wären die Informationen verteilt haben die Werbung gemacht haben und die sich anderweitig in irgendeiner Art und Weise heute hier engagiert haben ohne die wäre es nicht möglich gewesen heute so eine große Menge zu mobilisieren und zu organisieren vielen Dank vielen Dank noch ein Abschlusswort und der Tag der Tag der Tag heute zeigt ganz und und eine bitte an alle morgen sind Wahlen ich hoffe ihr geht alle wählen und verschafft eurer Stimme Gehör und belastet es aber nicht dabei sondern tragt den Funken der euch heute hierher gebracht hat in euer Leben in eure Familie in euren Bekanntenkreis und überall an die Orte wo dieser Funke Feuer entfachen kann so dass wir gemeinsam eine bessere Zukunft haben können vielen Dank ja dann wird es langsam am Ende zu gehen ich schau jetzt noch einen Moment dann kurz eine Runde wenn die Leute ein bisschen weggehen aber danach werde ich dann langsam abschalten ein bisschen So, dann brich ich jetzt ins Stream up, danke fürs Ausschauen und ich werde es in einem gleichen Namen, wie es jetzt da drin ist und später ins YouTube stelle. Bis dann, ciao.